Ob wir gerade fast 11 Uhr haben und ich mir jetzt diese Rahmen mache? Ja, ich kann nicht anders. Ich habe richtig Hunger, Leute. Meine zerkratzte Pfanne ist am Start. Weiter geht es jetzt mit meinen Noodles. So, die Noodles kommen jetzt in die Pfanne. Dann haben wir ein bisschen Wasser. Das kommt da rein. Then a little bit of milk. Jetzt wird das Ganze ein bisschen gekocht. Sieht einfach schon ohne Soße so juicy aus. Da brauchen wir noch Pulver und Soße. Also vom Pulver alles rein. Das riecht so gut. So, und jetzt noch die Soße, aber davon nicht zu viel, weil die ist so scharf, Leute. Dann noch eine Scheibe Käse. Das Ganze muss jetzt noch schön schmerzen. Okay, Leute, können wir mal bitte darüber reden, wie nice das einfach aussieht. Jetzt machen wir noch den Taste-Test. Leute, einfach nur geil. Vielen Dank.